Willkommen zurück zu Monster Hunter Rives. Mit mir dabei ist der Drexel und der Bansai. Und wir machen weiter mit Jägerrang Stufe 2 Quest, oder? Genau, wir haben wir letztes Mal erreicht, hier im Hub. Genau, und ich denke mal, Drexel wählt aus. Ja, wie immer. Das stimmt eigentlich, den letzten hast du ausgewählt, ne? Ich weiß es gerade nicht. So, was folgt denn hier als nächstes? Der Pukai Pukai, eins von deinem Lieblingsmonster, ist mit Monster Hunter World auch erst dazu gekommen. Dann kennst du das wahrscheinlich gar nicht so gut, ne? Ich habe ihn mit dir jetzt ein paar Mal gemacht, aber ich kenne doch, der Pukai Pukai gab es doch schon öfter. Ja. Also, ich habe ja noch Generations Ultimate gespielt, da waren ja super viele Monster drin und Monster Hunter Tree Ultimate. Da kam der Pukai Pukai nicht vor, also für mich war der neue Monster Hunter World, ich meine ich. Also, in Tree Ultimate kam er nicht vor, tatsächlich. Und in Generations Ultimate auch nicht. Sicher? Relativ. Ich werde es nachher mal googeln oder wikinen, oder wie man es auch immer sagt. Also, ich habe den Namen schon öfter mal gehört, also so ist es nicht. Und ich habe wirklich nicht viel gespielt, 10 Stunden oder so. Ich weiß, ich fand es ja doof. Ja. Habe ich schon ausführlich schon drüber geredet, ne? Nö, ne? Du, Trexel, wir warten auf dich. Ja, ich hatte noch mein Glas Kohle in der Hand, sorry. Der Weg des Pukai. Man sieht hier auch in der Vorschau schon irgendwie Monster, die man halt auch erst relativ spät essen machen muss, ne? Ja, auf diesem Ladebildschirm-Ding ist da, oder was? Ja. Ja. So, was sollen wir noch jagen? Pukai, Pukai. Wo ist er denn? Da. In der Mitte. Hier müsste ich doch sogar, genau, hier habe ich Nebenlager 1. Wo ich jetzt bin, ist Nebenlager 1. Achso, ich sehe es gerade, wir sind halt komplett gegenüber. Ah ja, genau, okay, gut zu wissen. Kann man machen. So, ich sehe ihn auch schon. So, Pukai, Pukai. Jetzt gibt's auch die Schnauze. Von ihr habe ich übrigens eine komplette Rüstung, glaube ich schon. Sollten wir halt ein Gift-Set machen, weißt du? Oh, durchgedocht durch das Gift. Was wolltest du, sein Set machen? Ja, ich habe, sein Rüstungset habe ich schon. Aber, ist halt echt nicht stark, ne? Nee, Pukai Pukai ist auch ein schwaches Monster. Lass ihn das nicht hören. Da brüllt er direkt. Hahaha. Oh, sehr gut. Sehr gut. Bist du schon drauf? Nee, der Hund ist drauf, ne? Ich habe ihn gerade einig. Oder ich habe ihn sehr doll erwischt. So, von ihm müsste man auch den Schwanz abschlagen können, ne? Sollen wir uns in Angriff nehmen? Ja, aber was hast du für eine Waffe? Ich weiß, ob deine Waffe dafür eigentlich ist. Dual Blades. Ah, nein. Ja. Wenn ich dran komme, wenn er auf dem Boden liegt, gehe ich halt... Ah, bisher habe ich von jedem und zwar den Schwanz abgetrennt bekommen. Boah, war das knapp. Er fahre ihn nach Schwanzabtrenner. Bitte? Er fahre ihn nach Schwanzabtrenner. Ja, ja. Vor allen Dingen, äh... Da muss ich jetzt mal gegen gehen. Das hört sich schon teilweise ein bisschen pervers an, wenn du in einem Spiel auch über harte Schwänze und sowas die ganze Zeit sprichst, ne? Ja. Wer da irgendwann irgendwelche Schwänzen ablockst die ganze Zeit. Ja, dieser ist hier... ...ein ganz besonderer Liebliger. Naja. Oh Gott. Ne, was denn jetzt? Boah, nein! Es kommt für dich! Boah. Meine Güte. Ja, ja. Gülmar. Ist doch gut. Ach, er dreht sich auch genau in dem Moment weg, wo ich an seinen Schwanz bin. So, jetzt bin ich vergiftet worden durch die Schwanzaktion. Wieso fange ich jetzt bei jeder Scheiße an, doppeldeulich zu denken? Du hast jetzt damit angefasst. Ja, es ist so, ja. Oh nein, du nicht! Oh nein, du nicht! Das sollte es fixieren. Ich glaube, er ist weg. Ja. Nein! Waffen werden verholt. Ruhst wie der Wind. Ich glaube, er weiß es nicht, dass man auch auf dem Hund schärfen kann und so. Ich habe meine Waffe gerade auf dem Fußboden geschärft, weil mein Hund einfach irgendwo anders war. Hier kommt der Wind! Oh, ich bin drauf. Oh, scheiße, hier ist ein Abgrund. Wie hieß das nochmal? Das große Viech. Du bist großartig! Diablos? Gut, das ist gut. Äh, Diablos gibt's hier ja. Ja, ja, Diablos gibt's, genau. Äh, wie heißt das andere Viech, was wir generell in der Hüste überlegt haben? Devil Joe! Oder Demon Joe, wie er hier heißt. Den hätte ich gerne. Ich hasse ihn zwar, aber ich hätte ihn echt gerne. Ich will seinen Schwanz, ja? Ich will seinen Schwanz, ja? Ah, Gott, jetzt haut er unten weg. Ach, nö, ist auch noch ein Volvidon hier. Wo kommt der denn jetzt her? Oh, Leute, muss was sein? Das hätte ich ja gar nicht mitgekriegt. Was? Achso. Nein! Oh, ich bin gestunnt. Soll ich das erste Mal im Kampf jetzt Heidung benutzen? Irgendwo hier muss der wo... Ach, du bist drauf, okay. Mhm. Ja, ich bin auf die Schnauze, du dämlich, ja, Pukai, Pukai. Wenn ich was sehen würde. Die Monster-Campen sind also dämlich. So, beim Pukai Pukai ist jetzt, glaube ich, alles gebrochen, bis auf der Schwanz. Aber jetzt liegt er wieder schön hier auf dem Boden. Ah, der Schwanz ist auch ab. Alles gebrochen. Okay, sehr gut. Wollvidon haut ab. Der hat keine Lust mehr. Ja, der Pukai Pukai glaube ich auch nicht mehr. Oh Gott, Demon Dance in die falsche Richtung. Sauber. Den fangen wir diesmal nicht, damit wir genug Zeit haben, um zu muten, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich sehe nix. Hihihihi, hier geht, hier geht es ab. Aber dass er immer noch Gift spritzen kann, obwohl sein Schwanz abgehackt ist. Ja. Gott. Hm. Ich bin getroffen. Hier kommt er! Gut, das war's. Denk dran, den Schwanz aufzuguten. Das vergesse ich nämlich auch sehr gerne mal. Manchmal haue ich ihn ab und lasse ihn einfach liegen. Das passiert mir ganz oft, wenn ich das Monster fange. Dann hat man nicht genug Zeit. Quasi nur 10 Sekunden, um schnell zum Schwanz hinzueilen. Guck mal, ob der Banzai auch dran denkt. An den Schwanz. Weiß ich gar nicht so genau. Geht zumindest hin, glaube ich. Ja, alles einsammeln. Mehr Licht hinzukommen, ja? Ging aber relativ zu viel, ne? Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn! Jo, jo, jo! Great! Ja, cool, cool. Aber so ein paar Online Monster Hunter Runden zwischendurch ist immer wieder witzig. Ja. Immer wieder schön, wenn es ein neues Monster Hunter Spiel gibt. Kommt ja nicht so häufig, ne? Ja, ich weiß gar nicht, so alle zwei, drei Jahre, würde ich sagen, kommt irgendwie so ein Hauptteil raus, ne? Ja. Ja. Also ich finde das jetzt, ich finde das nicht so häufig, weil das letzte ist halt jetzt schon für mich ist halt Generations Ultimate und das ist halt schon für mich. Ja, gut, klar. Wenn du World und World Iceborne auslässt, ähm... Dann ist das wohl so, ja. Ja, in der nächsten Session können wir mal eine Randale-Quest machen, aber ich glaube, heute habe ich da keine Lust drauf. Hehehe. 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 Kann ich, kann ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Hast du schon mal eine gemacht, ja, ne? Ja, klar, für die Story musstest du eine machen, die habe ich gemacht. Oh, ich habe eine, ich habe eine später auch eine gemacht und das war ja in vier Stellen, ne? Oh Gott, ist das, als Solo ist das voll nervig, wenn du halt nur hin und her bist. Ja. Ja, keine Ahnung, der hat mir da auch erzählt von fünf verschiedenen Waffen und so. Das ist natürlich auch irgendwie alles ein bisschen umständlich, ne? Hehehe. Hm. Habe ich eigentlich schon eine Quest ausgewählt? Ja. Ja, ne? Welche überhaupt? Ja. Äh, Königsludrot. Königsludrot, der alte Schwammkopf. Hehehe. Hehehe. Das passt. Was macht der Banzai da? Der hat den Quest noch nicht angenommen. Ich weiß nicht, worauf wartet er. Na ja, er guckt noch. Ja, er hat wahrscheinlich optionale Quests noch gerade angenommen oder so. Ach so, das kann sein. Jetzt könnte er immer langsam die Glocke bimmeln. Aha. Hehehe. Mann, Mann, Mann. Ich habe eigentlich nur damit gerechnet, dass wir heute so maximal bis zum zehn spielen oder so, habe ich gerechnet. Hehehe. Ja, gut. Ich bin auch später gekommen, ne? Weil ich das vercheckt habe. Hehehe. Hm. Er ist schuld. Wir haben bis 20 Uhr Abend gegessen, ne? Normalerweise essen wir um sechs und dadurch ist irgendwie alles... Sechs halb sieben essen wir normalerweise und dadurch ist irgendwie auch meine ganze Planung durcheinander geraten. Hehehe. Beziehungsweise mein Zeitgefühl irgendwie auch völlig ausgesetzt. Das habe ich aber auch. Das habe ich aber auch. Das habe ich aber auch. Wir essen ihn auch immer so gegen 18 Uhr. Dann gucke ich mir meistens sehr gerne welche Videos auf YouTube an. Ja. Äh, welches ist sein Symbol? Da bei der 8, ne? Mhm. Königsbrotus ist ein, ist ein nicees Vieh. Ich glaube, der kam das erste Mal heute in 3 vor. Ja. Aber relativ leicht zu lesen ist das Ding. Ja. Ich finde, bei ihm sieht es ganz lustig aus, wenn sein ganzer Schwamm nachher zersplittert ist, ne? Hehehe. Hehehe. Nö, auf gar keinen Fall. Doch. Das war cool. Nein, das ging gar nicht. Da sind wir eine andere Meinung. Ich hätte echt, ich hätte echt Bock, die normales wieder zu machen. Klagensteuerung ist wirklich, du ist wirklich gewünsbedürftig. Wenn man einmal raus kann, geht das halt durch, ne? Was? Oh. Aber ich fand es jetzt nicht weniger intuitiver als eine normale Schwägerung. Ja, ich glaube, ich wusste nie, wo ich da im dreidimensionalen Raum irgendwie genau positioniert bin. Das fand ich so nervig. Das kann leicht passieren, ne? Unter Wasser? Ja. Genau. Nein. Ja, einmal alle überrollt. Hehehe. Meine Fresse, was ist mit diesem Vieh grad los? Ich bin gespannt. Ach, guck mal. Sein Schwamm ist sogar schon gebrochen, ne? Ja. Mal legen jetzt hin. Aber umgreifen, oder was? Personal! Hier kommt er! Gut. Chuck macht das richtig. Der geht immer schön auf den Schwanz. Ja, will ich eigentlich auch. Der soll auch ab. Ja. Ja. Was ist bei ihm so hart? Ist das der Bauch? Der ist die Kralle. Aber der Schwanz. Da machst du nicht viel Schaden, ne? Nur weise Zahlen bei mir. Ja. Hast du schon grüne Schärfe? Ne. Bin noch bei gelb. Achso, vielleicht liegt's daran. Ja, ich muss mich jetzt auch dringend mal um ein paar mehr Waffen und Rüstungen und so einen Quatsch kümmern. Oh nein! Jetzt hat er mich auch noch mit seinem komischen Wasser erwischt, Alter. Oh. Jetzt rollt er mich auch noch. Gut. Am nächsten Mal, wenn er aufnehmen und Chuckle dabei ist, dann muss er unbedingt in den Boys rein. Ja, auf jeden Fall. Alter Kack, nun. Meine Güte. Ich denke auch, er entkommt uns. Oh, nicht getroffen beim Abspringen. Mann! Das tut weh, ne? Du bist ein dämlicher Lapp. Oh, ich bin drauf. Schon wieder. Ja. Kannst du uns da eigentlich angreifen? Das wäre ja mega witzig. Ne, ich glaube nicht, ne? Das wäre, das wäre ziemlich witzig, wenn du uns einfach dann mit diesem Viech einfach angreifen könntest. Perfekt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Stell dir mal vor, einer geht rauf und greift uns einfach das heran. Hm. Der Schwanz kann doch auch abgehen, ne? Ja. Oh nein! 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 Hör mal, ist das dein Ernst? Ich möchte dich ja nur rüber angreifen. Alter, das dreht halt immer so Kopf zu mir. Ja, das ist auch alleine voll nervig, ne? An den Schwanz dran zu kommen. Aha, jetzt ist er aber ab. So, jetzt kann man ihn noch mal mehr da angreifen, wo es auch weh tut. Wenn man nicht durchrutscht die ganze Zeit. Was kommt da an? Hintan auch. Ich hör irgendwas brüllen. Ach, der Azoros. Ach, der Azoros. Ne, der Azoros kommt da an. Ach so. Aber beachtest, der Azoros. Überhalb. Ja. Ey. Das sollte er verringern! Sei vorsichtig! Der Azoros wird sehr schwer spazieren! Das ist eigentlich übrigens schon wieder fangenbereit. Also, ich sehe es immer nur links unten, rechts oben sehe ich es gar nicht, ehrlich gesagt. Jetzt, der Multiplayer auch nicht. Das sind seine Beine, glaube ich, die so hart sind. Autsch. Och komm, bitte, Alter. Es ist doch nicht normal. Null wären. Ja, ja. Mach du mal. Ich gehe mir so klingeln. Ich bin gespannt, wenn wir gegen die Größeren kämpfen, den Lieblingspicher von Magna Marlo. Ja. Wie fandest du den eigentlich beim ersten Mal? Ja, es geht eigentlich. Also klar, der ist schon irgendwie stressig, weil er viel Action macht und auch dieser Lieder... ...diesen Lieder-Debuff da macht, wo du dich ab und zu mal mit deinem Seilkneffer rausretten musst. Na ja, aber ich fand ihn jetzt nicht mega schwierig. Also mich hat er beim ersten Mal extrem gefordert. Ja. Das kann ich jetzt auch nicht mal so sagen. Der hatte sogar noch einen Revierkampf mit Ratia noch. Und doch so viel drin. Oh Gott, da habe ich noch erwischt. Na, hau da wieder ab. Ja. Du kannst ja auf deinen Wolf auch mit A aufsteigen, wenn du A gedrückt hältst, ne? Und du neben dem stehst. Wird einem aber auch nicht verraten, dass du den Knopf gedrückt halten musst, ne? Sie sagen nur drücke A, genau wie bei der Karte. Drücke Minus. Ach scheiße, hä? Doch, hier kommt man doch her, oder? Wo er jetzt her ist. Ja, das Banzai Chaka. In dem Fall, falls er es nicht weiß, habe ich auf mein Pferdi mal... Ja, auf mein Doki mal geschärft. Ja, habe ich auch schon mal. Vor seiner Nase. Ja, habe ich auch schon mal. Wo laufe ich denn eigentlich hin? Er wäscht sich hier am Wasserfall. Ach so. Ach scheiße. Absteigen verkackt, naja, egal. Jetzt geht es jetzt bei mir, ist lause voll oben rechts. Ja, stimmt. Jetzt ist es bei mir auch. Wahrscheinlich, wenn er einmal die Flucht ergriffen hat oder so. Er ist hier die ganze Zeit am Wasserfall und macht gemütlich weiter, während ich ihn schon beackere. Wunschte er weiter. Auch nicht schlecht. Viertel 3, Viertel, kommst du dich durchziehen. Das ist nichts wichtiger als Hygiene heutzutage. Ja. Ja. Boah, dieses Vorderbein, wo man immer abprallt, ne? Super nervig. Oh, den habe ich nicht. Ja, gut, dann brauche ich mehr Schärfe dafür. Aber ich bin ja auch der mit zwei Zinucke-Platten, ne? Mit zwei was? Mit zwei Zinucke-Platten. Ja, ja, ja. Da hast du Spaß dran, ne? Ja, so wenig. Oh, nein. Gut, das war Karma jetzt. Das war's, ja. Jo. Sehr schön, Königs-Gudrod. Ja, haben wir noch Zeit für ein Monsterchen, würde ich sagen. Ja, ne? Sprint-Extrakt. Ah, bei manchen, bei manch, bei manch größeren Monster kann man sogar reingucken. Ja. Sag ich nicht gerade noch irgendwie so, noch ein Kabeljau oder so irgendwo rum? Na ja. Na ja. Hast du, ich muss einmal natürlich noch ein Like geben? Ja, das Wichtigste vergisst du natürlich, ne? Unfassbar. Gut Job, buddy, sagt sie. Nichts Besonderes. Geht bekommen. Aber ein Freund-Gutschein, was machen die denn? Ich weiß es nicht. Wirst du wahrscheinlich auch im Zweifelsfall, um irgendwas zu craften oder so, benutzen können. Ja, vielleicht kann man damit wahrscheinlich in der Kantine oder sowas bestellen, ich weiß es nicht. Vielleicht auch das. Später. So, kommt jetzt mal was langsam was Interessantes. Komm. Eine Horde randalierender Monster. Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich die dringende Quest hier freigeschaltet. Wenigstens muss ich hier die Texte nicht vorlesen. Ich skipp's hier einfach weg. Das ist, das ist, das ist, das ist gut so, ne? Ja, ja. Ich habe eine spezielle Quest für dich. Diese sind die Möglichkeit. Mein Nemesis. Der hat mich das erste Mal gekillt im Spiel. In diesem hier. Ja. Ja. Ja, zu Barat hege ich generell irgendwie ein besonderes Verhältnis, weil er war, ich habe ja, Tree Ultimate war mein erstes Monster Hunter, ne? Mhm. Und der war so eins der ersten Monster, wo ich, glaube ich, die Rüstung von haben wollte und dann bestimmte Teile von ihm farmen musste und ihn auch den Kopfkranz da abschlagen musste, ne? Was nicht so ganz einfach ist beim Barat als Anfänger, weil der Teil halt einfach mal super hart und super hoch ist, ne? Und deswegen, weil das so meine erste, ähm, das war halt meine erste richtige Begegnung mit dem Monster Hunter, ähm, Monster Farm etc. Teile abschlagen. Deswegen ist mir der irgendwie auch in besondere Erinnerung geblieben von Monster Hunter Tree Ultimate letztendlich. Ich weiß nicht welches Monster ich, 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 mir gut in Erinnerung geblieben ist, wir war jetzt Lagiacus mal in, meine, gut in Erinnerung geblieben, weil das war das erste große Wasservieh, Alter, ich schwimme der ganze so ruhig bin nach Perlentauchen oder was weiß ich, was ich da gesucht habe und plötzlich kommen das Ding um die Ecke und erschreckt mich halb des Todes. Was meine ich, wie schnell ich da aus dem Wasser wieder raus war? Ja, Und das war noch halt zu Wii-Zeiten, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Und mit Wii habe ich zwei gespielt, sehr viel, aber halt wirklich richtig viel erst mit 3er Ultimate. So. Hast du manchmal auch ein Déjà-vu auf den Maps? Wie mein? Manche Teile, manche Teile von Maps erinnern einen doch schon an älteren Spielen aus anderen Maps. Bauteilen oder so. Das kann durch auch sein, ja. Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Ich bin einfach irgendwo rüber gesprungen. Welches der 3 Symbole ist denn der Barott? Ach doch, das hier, ja. Doch, dann bin ich sogar richtig hier. Ich muss unbedingt mal noch alles erforschen. Mal ein paar Sammelquests machen oder so. Hi, Barott. Was geht ab, mein Bester? Ich wünschte einen nicht langes Leben. Das wünschen mir glaube ich alle. Ach Gott, hat mich er nicht. Okay, macht mir halt quasi kaum Schaden. sehr gut. Sehr gut. Ach Gott. Boah, warum muss so viel Schlamm rumliegen? Ist ja furchtbar. Ich bin ja mal gespannt, wer der erste sein wird, der hier bei uns in der Gruppe stirbt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, aber das werde ich sein. Da bin ich so typisch der Kandidat für. Wie Dampf und Schlamm locket. Oh, lass mich, ich will mich doch nur heilen. Ich stehe unter seinen Beinen und schaffe es mich, meine Seilbinde-Attacke auf ihn draufzukriegen. Wie kann das sein? Äh, Schlamm. Was ist denn? Sie sind angriert. Die Kampfrufe sind irgendwie auch manchmal lustig. Ich habe mir nie so aufgefallen, dass die, wenn man im Rudi player ist, dass die sich gegenseitig so Sachen zu rufen. Ich habe den Ton eh, passt aus. Ich höre auch nur ganz leise. Und ich habe sowieso, bei mir Monster hat das Sprache eingestellt und das Englisch oder so. Ach so. Habe ich schon mal gemacht. Bin ich schon gar nicht mehr anderes gewohnt. Ah, komm, steh auf. Nein. Ich schwör, bei dem bin ich der erst, der stirbt. Ich bin jetzt nicht mehr mit der Linie für dich. Ah, jetzt gibt es jetzt einen Schauter, das ist auch. Wow. Ach, wie? Na klar. Ach, komm, wir sind doch nur meine Waffe zu sterben. Ja, Gott sei Dank. hier kommt's. Ich werde dich holen. Oh, das war eine gute Blitzbombe. Wer hat die denn gemacht von euch? Ich habe eigentlich nichts. Der einzige, der hier, der hier, die Blitzbomben wirft. Ich habe keine, fast nie welche mit. Der alte Angeber, ne? Ja. Er denkt sich auch so, ich zeig mal den Profi, ich zeig mal die Anfänge hier, wie man den Profi dann macht. Ich hasse solche Leute. Ja, lassen wir sie einfach kicken gleich. Das ist meine Chance. Wenn man sprintet, kann man aber nicht schärfen, nur bei normaler Reitgeschwindigkeit. Ja, genau wie sammeln. Sammeln, wenn du sammelt, wenn du sprintest und sammelst, ähm, wirst du wieder langsam. Ja. Ja. Und jetzt kommt der Blitzkrieg. Ja, jetzt kommt der Blitzkrieg. Jetzt kommt der Blitzkrieg. Oh, ich bin truff. Ja, gut. Krone oder Schwanz? Wo wollen wir zuerst draufgehen, wenn er jetzt gleich liegt? Ähm, Schwanz. Okay. Ich habe hier keine andere Brechwaffe dabei. Ah. 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 War nur so semi-gut, meine Schwanzattacke, aber ein paar Hits habe ich gemacht. Schwanzattacke müssen koordiniert sein. Ja, ja, ja. Ah. Ach so, er kann ja gar nicht wegbehalten. Gut, das darf ich jetzt nicht. Ah, ich glaube, der Schwanz ist ab, oder? Ne, doch nicht, war irgendwas anderes. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich habe die Färben geschlagen. Ja, das ist ja auch was, was du gerne im Kampf machst und diesmal hast du mich beim Waffenschärfen abgebrochen. Ja. Ich bin es tut mir leid. Ach nein. Das ist meine Seilkäferaktion. Was hüten sie? Oh Gott. Okay, so langsam muss ich mich wieder heilen wieder. Das erste Mal im Kampf, dass ich mich heile. Ich versuche noch ein bisschen auf den Schwanz zu gehen, dafür muss ich mich dann deutlich öfter heilen. Ja, ich habe jetzt nur hier von diesen Käfern eine Mose unterwegt. Ja, okay. Wenn er nicht jauerhaft jetzt umkriegen würde, würde ich dann auf seinen Schweiß gehen. Ja, ich gehe ja die Autos die ganze Zeit schon aus seinen Schwanz. Das ist halt so hoch. Ja, ja, ich weiß, das ist das Problem. Herr Monster und ich, Herr Weapon. Nein, ich habe den Schwanz gar nicht getroffen. Ja, das Problem ist halt, du hast halt so kurze Klinge, Ja, ja. Das ist natürlich das Schlimme, ne? Das Schlimme ist dieses ständige Um- und Wegdrehen mit seinem Schwanz. Das nervt halt so hart, ne? Da hat er quasi kaum was machen. Weißt du, der hat so einen wendigen Schwanz, so einen kleinen Flinken, ne, einen großen Flinken. Aha, aha, da ist er doch. Sehr schön, sehr schön. Da ist schon ein Bär-Raus-Schwanz geliebt, oder wo ich es gar nicht wollte. gut. Normalerweise, normalerweise, greift er ja auch immer direkt an, wenn du direkt vor den Schwanzfl Kunden wirst. Ja. Bist du der Erste, der fixen nicht davon. Oh, 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 jetzt kommt die Krone dran, ne? Ja, mach ich so ein bis zwei Schaden dran an der Krone. Ja, ich sechs, aber es ist halt... Aber ich hab Explosionsschaden, eventuell kann ich da... Ja, ich hab grad auch mal ne 100 Explosionen an seinem Kopf gesehen. Eventuell kann ich da was liken. Jo, ich glaub, sie ist gebrochen, oder zumindest angebrochen. Lassen wir mal wegrumpeln. Wir können ihn ja, wenn er gleich irgendwo hinlegt, mal ein Fass legen. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon den Schwanz gelootet habt. Der liegt noch hier, ne? Ich hab... Ich hab... Obwohl ich eigentlich nicht wollte, nur weil er so... Mach mal das hinterher. Ja, du bist einfach unkollegial, ich weiß. Lässt die anderen weiter kämpfen, während du schön lootest. Lässt die Banzer! Ja, gut, dann lass den Banzer vielleicht mal ne Bombe an seinem Kopf stellen. Habe ich, ich hab ja hier dabei. Ach, du hast auch welche dabei. Und... Bumm gehört auch nicht so zu meinem Repertoire. Bumm! Ach ho ho. Ja, ein Perica! Na gut. Vielleicht kommt es ungesprach mit der Aussage, innach? Ja, ich glaub... Ich glaub' ich weiß nicht so ganz genau. Zumindest angebrochen. Bricht die nicht in zwei Phasen? Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß auch nicht. Ich hab' ihr wieder zwei Fässer gerade neben ihn gelegt und dann hab' er explodieren lassen. Ja. Ja, ist auch letztendlich egal. Aber ich weiß nicht so genau. Dann kommt! Karten! Niemand persönlich, Freunde. Wir sehen ja gleich, ob ihr eine Krone bekommt. Dreimal Barottpanzer. Hier kommt der Messie. Mein Nav. Dad, braucht ein neues Böbel. Echt? Ja, auf jeden Fall. Wenn du irgendwie ein Monster am Bekämpfen bist und dann greift eine Rathian oder so ein, dann werfen die immer mal eine Dungenbombe. Obwohl ja in dem hier Monster Hunter Rise ist es sogar vorteilhaft, wenn ein Monster eingreift, ne? Zumindest, wenn sie sich einmal richtig bekämpft haben. Dann kann man sie wegschicken, ne? Ja, die hauen ja eh ab, sobald du sie einmal benutzt hast. Ja, auch das, ja. Also meistens. Jo, sind wir aber fertig für heute, würde ich sagen, ne? Wir sind fertig, ja. Das war doch mal eine sehr interessante Jagd. Wir sind alle Jägerang 2, außer ich, ich bin Stufe 3, aber auch nur, weil ich halt diese Dinger da gemacht habe. Ich dachte, die gehören halt zur Story dazu halt, weißt du? Es wird ja doch gesagt, was das ist. Ja. Aha. Aber wenn du halt die annehmen kannst im Story, im normalen Dorf, weißt du, denkst du das auch so, na gut, dann mach ich die. Ja. So, es war mir auf jeden Fall ein Fest, Miku. Hm, mir auch. Ich hoffe, euch auch. Ich glaube, an dieser Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.